Da Clara Wie ihr wisst 1 Liter Benzin kostet 1 Euro 2 M12 1 Euro 1 Euro 1 Euro 1 Euro 1 Euro umgebaut 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 also die kriegen wirklich nur 20 guck das sind 20 Euro pro Monat das ist schon Wahnsinn das hat mir jetzt schon die Reiseleiterin die hat uns das jetzt auch gesagt das ist unglaublich 点есchlic wir sehen uns umso es ist nur ebenso da sie 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 k sie 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 Vielen Dank.